du bist überzeugt zum islam ja das islam die einzig wahre religion des allmächtigen gottes ist ja bin ich um den islam anzunehmen reicht nur einen satz was du aus überzeugung aussprechen muss das ist das glaubensbeginnis dass du bezeugt dass keiner verdient hat angebetet zu werden außer allah außer dem allmächtigen gott und dass du bezeugt dass muhammad sein diener und gesandter ist bist du bereit ja ok ashadu ashadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasul rasul allah 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 akbar wir haben ein bruder wir haben einen neuen bruder im islam möge allah alle menschen in europa zum islam richtleiten du bist unser bruder und das sind alle hier deine geschwister im islam du hast 1,7 milliarden geschwister auf diese erde ich fühle mich gut also ich glaube auf jeden fall dass ich hier richtig bin und das was die wahre religion ist ja wir haben auch gebeten schrecklich kommen